Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Wir sind im Allgesteinviertel und heute Abend kam es hier in einem gastronomischen Betrieb oder in einem Wohn- und Geschäftsgebäude zu einem Feuer. Da ist in einem Imbiss in der Küche ein Feuer ausgebrochen und ist durch die Abluftanlage des Imbisses an dem Abluftrohr an der Hausfassade letztendlich hochgekrochen, das Feuer. Wir haben jetzt im Laufe des Einsatzes erstmal die Küche gelöscht, danach mussten wir das Rohr auseinanderbohren, was an der Hausfassade hochlief, haben dort restliche oder Brandnester abgelöscht und haben dann noch das Haus in den Obergeschossen, wo die Wohnungen sind, kontrolliert. Es waren aber keine Menschen mehr drin und es kam auch niemand bei dem Feuer zu schaden. Also von Weitem muss es anscheinend recht eindrucksvoll gewesen sein, weil das Feuer recht schnell aus der Küche durch über dieses Abluftrohr auch ins Freie gekommen ist. Und da das Haus relativ hoch ist, also ungefähr 15 bis 20 Meter, hat man das anscheinend recht weit gesehen. Aber als das Feuer letztendlich unten gelöscht worden ist in der Küche, was relativ schnell der Fall war, wurde dem Feuer auch so ein bisschen der Nährbogen entzogen und wir hatten das relativ schnell im Griff. Zunächst, als bei der Meldung, konnten wir das nicht ausschließen, genau. Wir sind davon ausgegangen, dass auch eventuell Personen in den Wohnungen sich befinden und wir wussten am Anfang nicht, ob die Wohnungen nicht auch betroffen sind. Insofern war es wichtig, das Feuer schnellstmöglich zu löschen und die Wohnungen zu kontrollieren. Da laufen noch Nachlöschtarbeiten, also das Lüftungsrohr ist über Dach geführt, da oben sitzt ein Abluftventilator und die mussten die ganze Verkleidung abnehmen. Und das ist natürlich alles in so einer Abluftanlage sehr verfettet und deswegen haben wir da oben die Verschalung von dem Rohr weggenommen und ablöscherweise gelegt. Ja, Zugänglichkeit ist schwierig, also über diese Feuerleiter mussten wir aufs Dach gelangen, also es ist relativ hoch, man muss halt aufpassen, die Leute müssen sich da oben sichern, damit sie nicht abstürzen. Und natürlich machen die Außentemperaturen, das ist klar, es ist immer jetzt, keine Ahnung, halb zwölf und es ist fast immer noch 30 Grad und die Schutzausrüstung ist dick und das ist schon eine Anstrengung. Und das ist schon eine Anstrengung. Und das ist schon eine Anstrengung.